Okay Google, fragt Professor Noh nach einer Aufgabe für Phrasenbrescher. Wer anderen eine Grube gräbt. Ich werde sehr nicht zu nein. Noh, das einzigartige Quiz- und Kommunikationsspiel, das immer aktuell bleibt und exklusiv für den Google Assistant programmiert wurde. Mit Google Assistant auf Smartphones und Smartspeakern könnt ihr sofort loslegen. Er liefert die passenden Antworten und unterstützt den jeweiligen Quizmaster gleichermaßen. Bei den Wissensfragen gibt es nur eine richtige Antwort. Wie viel Uhr ist es in Sydney? 23.45 Uhr. Auch hier weiß der Google Assistant natürlich zu helfen. Es ist 23.45 Uhr in Sydney. Über 1500 Fragen, deren Antworten teils je nach Tag, Ort und Zeit wechseln, lassen es garantiert nie langweilig werden. Welcher Tag ist in 72 Tagen? Was sind die höchsten Gebäude der Welt? Wie viele Einwohner hat London? Was ist die Vorwahl der Antarktis? Nenne Filme mit Superhelden. Noh, das immer aktuelle Quiz-Spiel für drei bis sechs Spieler von Ravensburger. Und wer im Funkloch sitzt, kann das Spiel natürlich auch ganz klassisch mit den Offline-Karten spielen.